Ich bin gespannt, wie sich unsere neue Ausrüstung macht im Kampf. Sie lassen Streune aus Wehlen reißen? Warum hält die Tempelwache die Torhose aufgesetzt? Ein ganzer Tag verschwendet. Du kommst mir bekannt vor. Auch hier. Rittersporn. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz, aber wir kriegen ihn da schon raus. Keine Sorge. Ich mach mal ganz schnell Licht an. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Rittersporn zu finden, um dann Siri zu finden? Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche dir viel Glück. Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. WDR 2021 So, kurzer Test, ob mein Mikro geht. Hallo, hallo. Jo, alles in Ordnung soweit. Zunächst? So, nice. Hammer. Achso, jetzt muss man mal... was jetzt? Ich habe jetzt leider nicht mitgekriegt, wo wir Dudu finden. Aber ich nehme mal an, dass wir unseren dafür finden müssen, für Dudu. Oder haben wir jetzt irgendwo eine Quest gekriegt? Ist der aufgepasst? Hm. Nö. Scheiße. Jo, okay. Hm. Schade. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal hier weitermachen, bei Junior. Und da ist ja auch das andere hier, mit dem Banden von Novigrad, sprich mit Hacker. Ja, dann... würde ich sagen, wollen wir mal jetzt nach Hopfest weiter? Oder wollt ihr jetzt noch ein bisschen Gewind sehen? Hopfest, Gewind. Schreibt mal was, Ryan. Wir können auch noch ein paar Runden Gewind spielen. Hab ich gerade gesehen. Oder wie? Wo? Du kommst mir bitte. Na ja. Es wird einfach... Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh. Schaut jeden, aber... Ich bin ja schon mal. Ja. Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich hab Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwitz, das führt zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Horensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie! Nein! Nein! Ich weiß nichts! Alter, die Zwerge. Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs geradezu Horensohn's Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Schaben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Okay. Das Gute ist, wir können das jetzt schon direkt mit der Katzenschulen-Ausrüstung machen. Das ist natürlich richtig cool. Ja, wenn wir da jetzt kämpfen können mit den Katzenschulen-Sachen. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Ich muss verrückt sein in diesem Land, die zu laufen. Andere, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob es leichter ging. Katzenschule macht sich auf jeden Fall schon richtig gut. Hat nicht nach Regen ausgesehen. Wir sind bereit. Fertig? Ja. Wir gehen auf dein Zeichen. Na dann los. Dann mal los. Oh, jeder. Jens Jungfräulichkeit geraubt. Na doch. Rettet mich. Das auch noch in die Schuhe. Dafür wirst du bezahlen. Verspüttet. Ihr seid tot. Ich suche mich umsinnig. Oh. 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 Du kannst im Dunkeln sehen und bist zell. Du wärst ein toller Erzader-Schnüffler. Schlagt ihn. Hörte ihn. Hörte ihn. Hörte ihn. Wir sind alle gemeinsam. Hörte den Wachter. Auge um Auge. Oh. Dich haben sie ja halb totgeschlagen. Hey. Hörst du mich? Nice. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jep. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Äh. Wie heißt du? Rico. Rico Meiersdorf. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut. Schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun. Irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Hm. Weiß Dix-Tran, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Nein. Okay, eine Schuldnerliste. Nett. Das sind jetzt wohl unsere. So. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Klar doch. Schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Alle Straßen führen nach Mahaka. So, dann haben wir das hier ausgeräumt. Nice. Boah, das ging erstaunlich. So. So. Cool, mal los. W-w-w-w-wenn ich sehe, de... Okay. Was jetzt? Die Arena. Achso, das ist dann eine Arena oder was? Dann gehen wir in die Arena, würde ich sagen. Können wir da an den Kämpfen teilnehmen. Vielleicht finden wir ihn so. Mal schauen. Schon gehört? Du gehst mir... Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Kennst du dieses Papier? Ein Kampfvertrag. Gut, du kannst lesen. Auf wen ist er ausgestellt? Hier steht, äh, Stanek. Auf Stanek ist er ausgestellt. Hm. Ich bin Stanek. Noch Fragen? Rein mit dir. Nicht rumwandern. Geradewegs zu Igor. Sofort. Also gut. Na, dann links. Na, das ist schön. Na los. Mach dich bereit. Du bist dran. Ich bin bereit. Was dann, Igor? Äh, kriegen die Verlierer auch was? Ähm, die kriegen eine Fahrt zum Friedhof. Was hab ich mal erlebt, hat mich gesehen. Ho! So darf man nicht denken. Du denkst an die Abmachung, hoffe ich. Hab sein Schwert mit einem rostigen Vertausch. Du musst einen Augenblick durchhalten. Mach ich. Und dann weide ich den Arschfieger. Huch. So. Was schielst du mich so an, Graujüngchen? Ich hab das Gefühl, ich sollte noch nicht hier sein. Ach, Gott. Was, bin ich jetzt hier? Angeschlossen oder was? Oh nein. So, mein Kack. Ich hab's hier nicht. Hallo. Oh, sehr schön. Was zur verdammten Hölle war das? Unsere Gäste sind tabu. Was machen wir mit ihm? Töte das Dreckschwein. Blutbad. Nichts wie weg hier. Ich werde dich abschlachten wie ein Hund. Ich werde dich abschlachten wie ein Hund. Ich bin zwei, du kassier Mutant. Ich bin zwei, du kassier Mutant. Das hat dich umgebracht. Ich sollte dieses Loch dörf suchen. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. See. Nice. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Wir haben sie umgebracht. Du verfluchtest! Dammt! Suck! Ich hoffe jetzt kommen wir hier runter gehen. Hatte keine andere Wahl als den anzugreifen leider. War zu schnell. Sehr gut. 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 Wenn man jetzt 135 Erfahrungen kriegt. Ich könnte jetzt mit Dijkstra noch reden darüber aber ich habe das Gefühl dass ich da sowieso nicht viel erfahre darüber. Der wird mir sowieso nicht viel erzählen glaube ich. Also kann ich mir das noch sparen. Aber wir können mal sprechern. Ich wollte zwar wieder alles normal machen müssen. Wunderbar. Wir zahlen Steuern, unterstützen die Tempelwache und trotzdem lassen sie dieses Gesinde rein. Adeliger. Ganz schön schwer hier Arbeit zu finden Hexer. Komm schon. Komm schon. Ein demütiger Diener. Und der deiner Familie. Schön schwer hier Arbeit zu finden. Ich hab zu tun. Hey. Da wachsen mir doch eher Zähne im Arsch als das Hurensohn sich in seinem Haus versteckt. Hier ist nichts interessantes. Hier ist nichts interessantes. Also suchen wir überall. Aber wir sollten die Leichen verbrennen. Sonst kommen die Ratten zum Festschmaus. Hallo. Ach. Räuwens Kumpel, nicht wahr? Ich hab von dir gehört. Hast du hier das Sagen? Was gibt dich das an? Ich suche Junior. Willkommen im Club der Hurensohn Jäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Ich bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen. War aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Ich schau mich mal um. Ich hab dich im Auge. Nette Klingen hast du da. Nice. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit herauf. Klar doch. Die haben einfach alles getötet hier. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Hier ist nichts interessantes. Okay, anscheinend muss ich doch mit nächsteren quatschen. Aber gut, das war das Lager hier. Leerräumen können von dem. Das braucht er jetzt nicht mehr. Habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass er noch so lange leben wird. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zählen. Die Sachen, ja. Du wärst ein toller Erzader-Schnüffler zu benutzen. Wenn du nicht so groß wärst. Hier haben wir. Was war da eigentlich? Dass er nicht hier war. Also doch mit Dicks verquatschen. Haben die irgendwas? Mauljucken oder so? Wie bei Asterix, Alter. Dein Fisch ist nicht frisch. Gibt gleich ne Massenkeile da. Ist der da? Stärkt. Stärkt. Kommen wir hier noch. Hm, tschö. Wahrscheinlich finden sie sie im Konter. Was will manche behaupten? Sie sei mit einem Nilfgaarder Spion auf und davon. Möchte wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Wart's nur ab. Welthauptstadt wird sie genannt. Aber welche Rolle spielt das, wenn Aberglaube und die Kundenträger in Novigrad regieren? Ich hab nichts gemacht. Warum so möglich? Hält dich etwa die alte hin? Was willst du hier verdienen? Wir haben kein Monster. Huh! Ich hab mehr Monster als gedacht. Na, bin das mal. Mal. Ich hab einen Schluck und geh noch zwei Dahle weg. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Jupp. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du... Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingels? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Oxenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Okay. 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 Schauen wir uns das doch mal an. Ich bin auf dem Gebiet ja kein Experte, aber ihr zwei seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja, das stimmt wohl. Die Scheune ist voll mit irgendwelchen Bestien. Wir haben sie eingesperrt, aber das wird nicht lange halten. Und wenn sie rauskommen, ist die Hölle los. Wir sind nicht reich, aber wenn du das Gewürm beseitigst, bezahlen wir dich. Gut, ich versuche euch zu helfen. Wir lassen dich in die Scheune. Öffne die Türen, wenn es vorbei ist. Rasch, Meister Hexer, sonst kommen sie raus. Erledigt. Türen auf. Die haben die Gule angezogen. Verwendet ihr die Scheune als Friedhof? Äh, nein. Wieso fragst du? Ich hab menschliche Überreste darin gefunden. Zahlreiche. Die haben die Nekrophagen angelockt. Das... das waren Banditen. Hätten sie nur Geld genommen, hätten wir uns sozusagen auf Leben und Leben lassen geeinigt. Aber als sie Hedy in die Scheune geschleift haben, hat's uns gereicht. Wir haben die Mistgabeln geschnappt und... na, du hast ja gesehen, wie es ausgegangen ist. Naja, ein bisschen Arbeit nebenbei. Okay, bin ich hier vorne nur durch. Bin ich hier nur durch, hier rütt? Das ist nicht gelobt. Dann machen wir das hier noch. Luten wir das noch. So lange kann Junio jetzt auch noch auf mich warten. Okay. Okay. Der Wind heult So, was haben wir denn hier? Gucken wir hier rein Oh, da unten sind Wildpferde Schade Heute Pferdehaut Dachte die kann man so machen Was ist das da drüben? Ist das ein bewachter Schatz hier oder was? Ist irgendwie eine Mittagserscheinung, einfach so Soll jetzt nicht unser Problem sein Weil, äh, wir haben ja noch eine Verabredung Du warst schon überall Hallo Ich suche Roche Niemand hier, der so heißt Sonst noch was? Verstehe Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, äh, Vogelkundler Lass mich raten Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst Nein Nashornvogel sind hier nicht endemisch Dies ist auch nicht ihr Zugziel Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir Komm rein, Geralt Cool Geralt von Rifa Gesund und munter Vernon Roche Die letzte Hoffnung Temerians Lach du nur Temerien wird sich wieder erholen Roche Ich kann sie nicht zurücklassen Ich Du kannst Und du musst Denn so lautet dein Befehl Sie werden sterben Bitte Wir sind fertig Wegtreten Der macht Wind Wie hattest du dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich Ihren Resten jedenfalls Als Nilfgaard über die Yaruga kam Hab ich alles fallen gelassen Und bin an die Front geritten Um zu kämpfen Ich bin zur zweiten Temerischen Armee Unter Johann Nathalys gestoßen Wir sollten die Schwarzen Bei Dol Blatana Am Berg Karbon aufhalten Das hat nicht geklappt Das haben wir auch Drei Tage lang Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht Kurz darauf hörte ich, dass Radovit seine Kräfte bei Novigrad sammelt Dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen Ich bin mit den Resten von Nathalys Armee durchgebrochen Aber 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 Radovit war nicht besser als M hier Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf Ich will gegen den Quint spielen Wenn ich schon mal hier bin Geralt von Rifa Ja ja Spielst du Gwyn Drosch Ja Aber ich hab hier keine Gegner Wenn du ein Blatt hast, hol's raus Ne, Lügen Viel Glück Reist Temerien mit unserem Blut Zum Teufel mit den Schwarzen Okay Mann, ist so aggressiv, Junge Okay, klörende Kälte haben wir schon mal Ein Wiederbeleben, noch ein Wiederbeleben, das ist schon nicht schlecht Mist Verspürt auch einheitlicher Königreicher Voll Mohammad Und Ich bin Okay, haben wir gewonnen die Runde, kriegen wir was nützliches? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Oh, der ist nicht schlecht 5 brauchen wir ja noch Ich hatte leider nicht so die guten Karten Aber anscheinend Läuft das nicht Oh, nice Du hast gewonnen, Glückwunsch Hier, du hast die Karte verdient Weißt du, welcher Gegner sich sonst noch lohnt? Ich hab von einem Mann gehört, der kürzlich durch Novigrad gekommen ist Es wird dich interessieren, dass er auch ein Hexer ist Lambert heißt er Der alte Lambert, ein Kartenspieler? Interessant Dann warte ich noch auf einen Kumpel aus dem Süden Der spielt gerne und gut Aber noch besser ist er darin, sich zu verspäten An deiner Stelle würde ich nicht warten Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein Du warst schon über Ah, Tölpel Geralt van Riefer Gesund und munter Ich suche Hurensohn Junior Hab von ihm gehört Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört Ihr habt gemeinsame Freunde Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen Diese Vögelchen waren sehr gesprächig Ich muss mit ihnen reden Du musst sie mir nennen Hm, Wernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub Danke, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann Schön Zahlen für ein preis Temerien mit unserem Blut Zum Teufel mit den Schwarzen Kommen wir irgendwas noch mit mir? Ah, Tölpel Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende Du und dein Kommandant? Wo sind die? Ah, Hexer Das hat unserer Truppe noch gefehlt Hexer können nicht die Pocken kriegen Du nervst grauhaft Verarschen oder was? Die haben wohl alle Mauljucken, ey Wenn das alles vorbei ist, mach Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut Zum Teufel mit den Schwarzen Ah, du dreckiges Schwein Was ist denn? Ah, du dreckiges Schar Du dreckiges Schwein Ein Hexer Das hat unserer Truppe noch gefehlt Habt ihr echt Könige ermordet? Du warst schon überall Erzähl mal Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Sooo, nice Ah gut Da hab ich jetzt nicht wirklich einen Weg drum Nicht hochhin reiten Schneller Weiter so Plätze Schon gehört? Auf Adrians Boden wachsen Töpfer Erfreut euch am Anblick des Basilisks Des Königs der Schneiderien Einen interessanten Basilisken hast du da? Klar ist er interessant Sowas bekommt man hier nicht zu sehen Die schlüpfen nur in den einöden Sirikaniens Aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Wyvern aussieht Wenn er jung ist und nicht gut genährt Du sprichst wirst Zeug, Herr Das hier ist der echteste aller Basilisten Richtig, was weiß ich schon Ich bin ja nur ein Hexer Moment mal Wenn das ein Wyvern ist und kein Basilisk Wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, Betrüger Tapfere Soldaten Nicht drängeln, sonst Vorsicht! Reiß hinein! Es sieht so aus, als wäre der Käfig genauso falsch gewesen wie der Basilisk Geh mir aus dem Weg Bredanien Bredanien Geh mir aus Jetzt Guert Kau Koh Where Motion King King Trorio. der kontakt wartet beim schachclub bringen wir es hinter uns hallo gehen wir interessiert mir nicht wer dein kontakt ist hauptsache du gehst ich will den wegpunkt da oben aber mitnehmen mit einer armen brust hier durch irgendetwas stimmt nicht dann lass es uns rausfinden mal schauen was kommt jetzt der könig was will der denn es heißt schach sei das spiel der könige das ist einem strategisches denken lehre was für ein schwachsinn beide seiten spielen mit gleichen figuren die regeln sind dieselben was hat das mit dem echten leben zu tun hexer weißt du warum ich schach spiele um zeit tot zu schlagen ich habe keine zeit zu vergolden geschweige denn tot zu schlagen ich spiele schach um das geheimnis des spiels zu lüften blut fließt durch die adern dieser schachfiguren man muss nur hinhören dann hört man es ein herz voller leben ich schlage einen bauern und höre wie ein leben erlischt ich gewinne eine figur und höre ihre schreie ich möchte diese schachfiguren aufbrechen die wahrheit aus ihnen heraus quetschen verstehst du was ich meine nein gar nicht kann ich dem könig einfach sagen dass er völliger idiot ist nein ich verstehe es nicht du verstehst es nicht weil du kein könig bist bauern sehen nur die kameraden an ihrer seite und ihre gegner auf dem feld gegenüber ein könig sieht das schachbrett anders seine größten feinde umgeben ihn die eigenen figuren können ihn einsperren und das bedeutet schach und tod weißt du hexer schach ist die kunst die eigenen figuren zu opfern verstehst du es jetzt ich glaube jetzt verstehe ich es unwichtig reden wir warum hast du den hexer hergebracht das kann er euch am besten selbst erklären ich hatte einen redanischen spion erwartet ich wusste nicht dass wir einen könig treffen wenn man auf zwischenmänner verzichten kann sollte man es meiner meinung nach tun ich suche zyprian willi hurensohn junior ich weiß dass redanien ihn unterstützt warum suchst du ihn das ist eine persönliche angelegenheit na schön ich frage nicht weiter ich habe junior in einem anwesen in ochsenfurt untergebracht nur wenige wissen davon sie werden dich nicht ohne ankündigung reinlassen also musst du ihnen sagen dass du wegen der neuen huren kommst junior verlangt ständig nach neuen frauen er soll sie schlecht behandeln ihr überlasst mir einfach den mann in dem ihr zeit und geld investiert habt warum sie es als geste des guten willens zumindest fast dafür erwarte ich ein gefallen von dir und junior hat seine nutzen verloren die großen vier gibt es nicht mehr ich werde zu gegebener zeit an dich herantreten geh jetzt und du ross wir unterhalten uns ein andermal radovit versinkt scheinbar immer tiefer in seinem wahnsinn ich weiß jetzt wo ich junior finde alles andere ist mir egal gerald mir fällt ein dass ich dich auch um einen gefallen bitten möchte ich habe ein großes problem mit ves ich brauche jemanden der sie zur vernunft bringt komm zu mir ins lager dann erzähle ich dir mehr lass mich drüber nachdenken ist dann und dann bist du dran keine sorge ich habe eine narren sichere methode hexen zu exorzieren so 22 20 es wieso ist das gescheitert das zeichen einer gemäß zu trinken bringt männer zum stinken so darf man nicht denken krieg wieder unter einen stein juniors männer dich auch besuchen schutzgeld eingesammelt die besuchen jeden meures gutes als preis wirklich nicht so schlecht wiedersehen schnell mal geld verdient nach dem dritten finger nach dem dritten finger hast du sie gestern schreien hören was haben sie der frau angetan das gleiche wie immer der ritter aus dem märchen die hohen gehen immer rein was willst du wo ist hohen sohn junior oh man schwer von begriff was ich kenne dich du dreck schwein du hast eugert und weg umgebracht ja ich hatte das vergnügen mit diesen beiden ehrenwerten herr wie hießen sie noch mal holger und weg grüß sie von mir ich reiß dir die fresse stücke links links jetzt alle gemeinsam schmanz Oh Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Okay. Wieder. Erstmal ist der kleine Dreckskehl drin. Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Verfluchter Degenerierter Degenerierter Degenerierter. Wiener? 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 Bieter Wiener? Was soll das sein? Verfick nochmal! Oh scheiße! Hilfe! Verfluch doch mal! Es kommt keine. Halt! Was? Was willst du? Hallo Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Baden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiße... Aschblondes Haar. Schwert auf dem Rücken. So wie ich. Ja, ja. Da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich hab lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mach ich etwas, das mir im Nachhinein leidtun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja. Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen. Noch eine Lüge, dann schneide ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigi Räufens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da hab ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich hab mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da! Das Ding da. Das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? So was kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Einblender. Schön. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Ritterspawn. Wir können Dodo nicht den Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja. Aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dodo auch ist. Ich kann's einfach nicht ausblenden. Ich geh doch allein. Du wartest draußen. Ich kann dich nicht im Stich lassen. Wenn dir was passiert, reißt Geralt mir den Kopf ab. Jemand muss unseren Rückzug decken. Es wird Ärger geben. Es könnte turbulent werden. Wir müssen schnell fliehen und in der Menge untertauchen. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dodo gefangen hält? Im Zimmer. Ganz oben. Mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen. Aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach, Alter. Kenne ich ja Ritterspawn gar nicht. Mensch. Eine Zieresequenz. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuch ich's mal mit was anderen. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein. Die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich hab auf dich gewartet. Ich bring dich auf, Hure. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Okay, krass. Das hier riecht immer heftiger, Alter. Auge. Sie... Sie kommen. Dodo? Hör zu. Wir machen es so. Schnack, die verdammte Hure! Schlack! Schlack! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jungs! Na los! Holt euch das Luder! Sack. Ach, komm schon. Der letzte. Ach, da war er zu schnell. Den hab ich auch nicht mehr gesehen da hinten. Dachte, der wäre tot. Okay. Aber das Ziri wird ja immer krasser, Alter. Was denn los? Das war's. Jetzt bist du dran. Los, auf Dries! Na los, holt euch das Luder! Ach so, ich kann nicht fünf Angriffe machen, sondern ich kann fünf Gegner gleichzeitig angreifen. Mach die Missgeburt. Ach so, ich kann nicht fünf Angriffe machen. Zack, 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 zack. Oh, krass. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs. Er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, dass ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Hast du dich mal umgesehen? Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! Stufe 18. Ich sage dir, wie eine Tochter für mich ist. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne wie ihn. Nein, tut er nicht. Komm mit. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der Redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Ich nehme das hier nur alles mit. Krieg wieder unter deinen Stein. Zeig dir gleich einen Stein, Junge. Scheiße. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde Philippa Eilhardt für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhardt östlich von Oxenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Philippa Eilhardt? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden. Die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben. An mir. Herrin Eilhardt ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen. Aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Lasst mich darüber nachdenken. Aber nicht zu lange. Wir wollen nicht, dass Philippa ein weiteres Mal entkommt. Du kannst gehen. Langlebe, etc., etc. Danke. Ich habe noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Wichtig ist die Hand, die sie führt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017